Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz, der Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz, der Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz, der Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz, der Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz, der Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640. und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3 XNB bringt in Kürze den Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Der Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr, auf dieser Frequenz. OE3 XNB mit dem Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3 XNB bringt in Kürze den Österreicher und Spruch, an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz, sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echro 3 XRE November Bravo mit dem Österreicher und Spruch. Der Österreicher und Spruch, News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Schönen Sonntagmorgen, hallo und herzlich willkommen beim Österreich-Rundspruch. Das sagen heute OE1 Whisky Bravo Sierra und... OE1 Yankee X-Ray Sierra, guten Morgen. Wir sind heute wieder live für euch im Studio auf Kurzwelle und Ultrakurzwelle, sowie als YouTube-Stream. Nikolas, OE1 November Bravo Sierra, ist an der Bild-Regie, fast schon Tradition und natürlich freut er sich auch auf eure Chat-Beiträge. Ja und die Verbindungsstationen, die uns gemeldet wurden, sind für die heutige Sendung zunächst auf dem Kallenberg-Relais Roland OE1 RSA, dann für den Exelberg, aber ohne Rückmeldung, Heri OE1 Papa Hotel Sierra. Gemeldet wurde Fritz OE1 Foxtrot Foxtrot Sierra für die Übertragung auf dem Satzberg-Relais. Dann wissen wir, seit der letzten Sendung, Christian OE3 Charlie Koibeck Bravo überträgt auf dem Reflektor 4189 in DMR. Hans OE1 Juliette Ekovisky überträgt über das Hochwechsel-Relais. Okay, ziemlich sicher mit dabei ist Karl OE5 PKN auf Linz-Lichtenberg OE5 XLL. Dann lese ich hier live sozusagen, OE1 Oscar Whisky Alpha überträgt auf 23 cm. Wünscht guten Morgen, danke. Weiters haben wir den Gerald OE3 Whisky Golf Uniform, der das Nebelstein-Relais mit unserer Modulation bespielt. Kurt Rui 3 KMA, den Frauenstaffel. Und Echolink macht Karin OE1 Sierra Kilo Charlie. Vielen Dank an alle Verbindungsstationen jetzt gleich. Wir senden auch auf Simplex S22 über mein eigenes Call. Dort gibt es, wie auf den meisten anderen der genannten Relais, dann auch einen Bestätigungsverkehr. Diesen, also Simplex S22, den führt der Peter OE1 Papa Yenki Alpha durch. Vielen Dank, lieber Peter. So, damit rein in die heutige Sendung. Uns geht gleich los mit Prüfungsterminen für Wien. Prüfungstermine in Wien, Niederösterreich und Burgenland, also für Wien, Niederösterreich und Burgenland, sind am 25. und 26.06. jeweils ab 9 Uhr. Bitte beachten Sie, dass diese Termine auch gegebenenfalls verschoben oder abgesagt werden können. Im Allgemeinen finden an einem Termin mehrere Prüfungen zu unterschiedlichen Zeiten statt. Die Uhrzeiten werden von der Behörde mitgeteilt. Es prüfen ab jetzt nur mehr zwei Prüfer. Es werden aber weiterhin neun Fragen gestellt, nämlich dreimal Recht, dreimal Technik und dreimal Betrieb und Fertigkeiten. Anmeldungen kann man sich suchen im Internet auf der Homepage des bmwitt.gv.at Also am besten man folgt dem Pfad, dann wird man es finden. Alles kein Problem. Und jetzt weiter mit Meldungen aus dem Landesverband Wien am Sonntag, dem 26. Mai. Mit Aktivierungsschwerpunkt um 12 Uhr Lokalzeit wird der Landesverband Wien wieder den Amateurfunk mit sportlicher Betätigung in der freien Natur verbinden und SOTA-Summits aktivieren. Der heurige Vienna SOTA-Day ist der zwölfte in ununterbrochener Reihenfolge. Die Hauptaktivität am Vienna SOTA-Day, die findet am 2-Meter-Band statt, wobei dieser ein idealer Termin, also nicht das 2-Meter-Band, sondern der gesamte SOTA-Day für alle Newcomer und Newcomerinnen ist, die in einer Wandergruppe mit Gleichgesinnten ihre ersten QSOs führen wollen. Und ein Pile-Up ist dabei nicht ausgeschlossen. Wie immer gibt es anschließend um 17 Uhr Lokalzeit eine Abschlussbesprechung für alle Aktivierer und Aktiviererinnen, aber auch für die Chaser und Chaserinnen, dann im Bauernbräu 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 134 bis 136. Aktivierer und Aktiviererinnen melden ihren Summit und ihre vorgesehenen QRGs an Reinhardt, oe1romeohotelcharli, at oevsv.at. Rechtzeitig vor dem Vienna SOTA-Day wird dann eine Liste aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den angepeilten Summits auf der Website von Reinhardt, das ist die Website Vienna SOTA-Day in einem Wort, .havel.net aktiv geschaltet. Natürlich ist auch eine spontane Teilnahme am Vienna SOTA-Day möglich, also auch ohne Voranmeldung nähere Infos bei Martin, oe1, mikeviktoralpha.at, oevsv.at. Die Info bekamen wir eben von Martin, oe1mv.a, dem SOTA-Regionalmanager für Österreich. Wir gehen weiter nach oe2 und auch dort gibt es Prüfungen. Das Fernmeldebüro für Oberösterreich und Salzburg teilt mit, dass am Mittwoch, den 22.05., am 29.05. und am 5.06. jeweils beginnend um 9 Uhr Amateurfunkprüfungen stattfinden. Die Prüfungen sind öffentlich. Das Prüfungslokal ist das Fernmeldebüro in Linz in der Freienbergstraße Nr. 22 in 4020 Linz und zwar im ersten Stock im Verhandlungsraum. Als weitere Prüfungstermine, für die, die jetzt sagen, sie sind noch nicht so schnell vorbereitet, die können sich vorbereiten für den November. Da gibt es dann am 20.11. in Linz und am 21.11. in Salzburg noch je eine Prüfung. Das schreibt uns der Ingenieur Herbert Ortner, dem wir für die Info herzlich Dankeschön sagen. Am Freitag, dem 24. Mai, die Woche hat es offenbar in sich, um 18.30 Uhr, da lädt Harald OE2 Hotel Romeo Oskar zum Vortrag MÜBITIX, der etwas andere Eigenbautransziver, ins Klubheim Salzburg, ins Klubheim des AFVS. Der MÜBITIX ist ein Bausatz aus Indien mit interessanten Eigenschaften. Es ist ein All-Mod-Gerät von 10 bis 80 Meter, 10 Watt Ausgangsleistung auf den Amateurfunkbändern und einem durchgehenden Empfänger. Die einfache Architektur sowie die Verwendung kostengünstiger Standardbauteile machen den MÜBITIX zum derzeit wohl preisgünstigsten Transziver überhaupt. Harald hat bereits einen zusammengebaut und getestet. Er wird uns über seine Erfahrungen mit dem Gerät berichten und, wenn sich einige Interessenten finden, diesen Sommer einen Workshop mit gemeinschaftlichem Zusammenbau anbieten. Eingeladen sind alle interessierten VLs und OMs aus nah und fern, Wir freuen uns auf einen informativen und kurzweiligen Abend im Klubheim des AFVS Salzburg, Mühlwegstraße 26, Postleitzahl 5071, Vals-Sitzenheim. Wir gehen weiter nach OE3, der ADL 303 und der EMAFC, die laden ein. Aufgrund einer Initiative von OE3 Hotel Oscar India, der Harald, wurde der MAFC eingeladen, den Amateurfunk bei einem Fest der Pfadfinder aus dem Raum Mödling vorzustellen. Diese Bezirksaktion der Pfadfinder, die unter dem Namen Kribbeldibbel stattfindet, wird in Maria Enzersdorf bei der Burg Lichtenstein stattfinden, und zwar am Samstag, den 25. Mai, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Erwartet werden etwa 300 Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren, die an diesem Fest teilnehmen wollen und die diversen Stationen kennenlernen. Dankenswerterweise haben sich bereits einige OMs und YLs bereit erklärt, dabei mitzumachen, und daher gibt es dort eine Präsentation des Amateurfunks mit Sondercall, nämlich OE3 Scout und mit Sprechfreiheit. Es ist beabsichtigt, eine Kurzwellenstation und eine UKW-Station aufzubauen und mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Das schreibt uns mit einem HI, die Tina OE3 Yankee Tango Alpha. Die Frequenzen werden sein 7175 MHz, 7190 KHz, 14275 KHz plus 14290 KHz und am Abend dann 3740 KHz und 3690 KHz. Es wird auf den Relais Tätigkeit geben, nämlich auf 439,025 das Gießhübel Relais und auf 438,950 das Kahlenberg Relais und Echolink. Sowie je nach Wetterlage wird auch Lichtsprechen geplant. Tische und Strom werden uns zur Verfügung gestellt. Wir würden uns aber sehr freuen, einige Besucher aus dem ADL 303 und dem MAFC begrüßen zu können, eventuell auch für eine Ablöse der Aktiven und ganz wichtig, sehr viele Gegenstationen aus dem In- und Ausland, die dann die Funkgespräche führen. Das schreibt uns mit herzlichen 7673 der OE3 Charlie Foxtrot Charlie, der Chris im Namen des MAFC. Und wir kommen zu einer weiteren Aktivität des ADL 303, nämlich dem Newcomer Field Day 2019. Er beginnt am Freitag, dem 14. Juni um 18 Uhr und endet am Sonntag, dem 16. Juni circa um 14 Uhr. Der Ort ist Mönchkirchen, die Schweig sozusagen zum Alpengasthof Enzian und zwar dort, wo in den letzten Jahren der Herbst Field Day war. Wir hoffen diesmal auf etwas wärmeres Wetter im Vergleich zum Herbst. Der Haupttag wird natürlich der Samstag, 15. Juni sein. Für diesen Termin sind noch Zimmer frei. Reservierungen bitte über OE3 Oscar Papa Alpha, den Peter unter seiner Mailadresse oe3opa at oevsv.at. Das Team MAFC ADL 303 freut sich auf zahlreiche Beteiligung und hier grüßt mit vielen 73 der Peter, OE3 Oscar Papa Alpha. OE3 Alpha, der Walter mit dem eigentlichen Rufzeichen OE1 Whisky Whisky Alpha, der sucht für den Contest am 1. und 2. Juni noch Verstärkung für CW, da nämlich beide OPs ausgefallen sind. Wer also wenigstens an einem Tag der Zeit hat oder vielleicht auch beide Tage, der möge sich bitte mit Walter in Verbindung setzen und zwar unter oe1wa at oevsv.at oder unter walter underscore warischek at gmx.at. Und zwar bitte schnell, eventuell auch bitte weitersagen an Mitglieder anderer ADLs, es sind alle herzlich willkommen. Diese Information erhielten wir von Enrico, OE1 EQW mit herzlichen 73. Ja, der Enrico ist natürlich erreichbar unter oe1equw at oevsv.at. Ja, das ist gerade das Ende vom La-Wochenende, aber überschneidet sich nur zur Hälfte. Im Zeitraum vom 13. März bis 1. Oktober dieses Jahres betreibt der Amateurfunkklub Heidenreichstein, der AFCH, anlässlich 10 Jahre World Castle Award WCA das Sonderrufzeichen Oscar Echo 10 WCA. Im laufenden Jahr 19 sind vermehrte Aktivitäten von Burgen und Schlössern auch im oberen Waldviertel geplant. In der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni ist es auch möglich, das Jubiläumsdiplom 10 Jahre WCA zu arbeiten. Weitere Infos auf der Website wcagroup.org. Hier haben wir diese Info bekommen von Rainer, OE3, Romeo Golf Bravo, dem WCA-Koordinator. Und jetzt hat es der Wolf wie vorhin schon angedeutet, wir nähern uns mit Riesenschritten der 24. Funkausstellung in La an der Theia. Und zwar findet die Stadt am 31. Mai und 1. Juni in der Tennishalle Mörth im Tirepark Nr. 29 in 2136 La an der Theia. Das Team der Laa-Funk-Ausstellung, die haben natürlich längst alle Hände voll zu tun. Ich begrüße jetzt den Robert, OE3, Romeo Tango Bravo. Wie geht es mit den Vorbereitungen? Die Vorbereitungen laufen natürlich jetzt auf Hochtouren. Wir haben noch knapp 14 Tage Zeit bis zur Funkausstellung. Und bis zum 31. Mai, da wird es noch heftiger werden. Robert, was erwartet die Besucher heuer in Laa? Von den Ausstellern ist bisher immer ausgestellt haben. Und zusätzlich wird es heuer zu sehen geben, einen Informationsstand von Kurt, OE1 KPC. Er wird Hemnet und ESHEL, den neuen Satelliten, den man live erleben kann, präsentieren. Zu Hemnet ist auch noch zu sagen, es wird am ganzen Ausstellungsgelände Hemnet auf 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz zum Empfangen sein. Neuer Stand ist also auch Informationsstand von OE1 WKL, von Willi. Er wird also seinen Morserino präsentieren. Es ist ein Selbstbaugerät, soweit ich weiß, und sehr interessant. Es wird also die AMRS vertreten sein, natürlich das Fernmeldebüro mit dem üblichen Funkmessplatz. Dann die CW-Gemeinschaft wird einen Informationsstand betreiben. Die Seefunkschule ist vertreten. Dann natürlich das österreichische Bundesheer mit der Führungsunterstützungsschule. Sie wird uns über Drohnen und Drohnenabwehr berichten. IT-Sicherheit, da gibt es praktische Vorführungen und elektronische Kampfführung. Das sind also die wichtigsten Informationsstände natürlich. Auch unsere Clubstation ist die zwei Tage geöffnet. Und man kann also auch dort das eine oder andere Kursum machen. Es wird Modellbau geben. Es wird also einen eigenen Parcours geben, auf den vor allem natürlich für Kinder, die also hier mit Modellen verschiedenster Art Probe fahren können. Dann die E-Mobilität ist wieder vertreten. Mit Elektrofahrrädern, Lastenfahrrad, Elektroscooter und neu das Elektroauto wird es am Samstag die Möglichkeit geben, dies zu besichtigen, aber auch Probe zu fahren. Zwei Tage läuft die Funkausstellung. Am besten, man bleibt die ganze Zeit dort. Trotzdem aber, was gibt es wann in Lahr? Wie immer am Freitag, circa 13 Uhr, ist der Beginn. Das ist so laufend. Die erste Veranstaltung findet bereits um 16 Uhr am Freitag statt. Und zwar eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Zukunft des Amateurfunks und des ÖVSV. Hier wird Professor Wolf Harrand, OE1-WHC, ein Eingangsstatement präsentieren. Als Diskussionsteilnehmer sind bisher vorliegend unser Präsident Mike Zwinkel, OE3-MZC, dann OE3-RPU, der Rudolf und Kurt, OE1-KPC. Und natürlich, alle Zuhörer können an der Diskussion teilnehmen. Und die Moderation wirst du dankenswerterweise, Wolfgang, übernehmen. Ja, so wird es sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Das Thema ist ein gutes und ein wichtiges. Und ich glaube, es gibt sehr viele positive Aspekte für die Zukunft des Amateurfunks. Ja, nach der Diskussion geht es also dann sofort weiter mit dem gemütlichen Hemmabend für alle Funkamateure, Aussteller und Freunde des Amateurfunks. Es wird wie immer Grillspezialitäten geben. Und was ich also auch ankündigen kann, Es wird auch eine Verlosung von Thermeneintrittskarten inklusive Saunabesuch unter den Teilnehmern des Hemmabends werden dann verlost. Am nächsten Tag, am Samstag geht es weiter. Am 8 Uhr in der Früh werden die Tore der Ausstellungshalle geöffnet. Am 9 Uhr findet dann der Festakt statt. Um 10 Uhr ist das bekannte DX-Treffen wie jedes Mal. Unter anderem mit einem Vortrag Die XTC einmal anders funken aus 100 Ländern von Gerhard Elsigan, OE3GA. Dann erfolgen natürlich die Siegerehrungen des vorjährigen 80 und 40 Meter Wettbewerbes und 160 Meter. Um 11 Uhr beginnt die 80 Meter Fuchsjagd, an der jedermann teilnehmen kann. Anmeldungen dazu sind elektronisch möglich unter peilen.oevsv.at oder natürlich vorher in der Ausstellungshalle beim Funkcafé. Danach um 12.30 Uhr ist ein weiterer Vortrag vorgesehen, und zwar ein Vortrag über Wetterballonsonden von OE1 FFS Friedrich Frede. Und bevor die Ausstellung um 15 Uhr endet, wird es dann auch die Siegerehrung natürlich von der 80 Meter Fuchsjagd geben. Ja, eigentlich ein sehr schönes Programm mit vielen interessanten Punkten und Höhepunkten. Dann sage ich, ich wünsche uns allen, weil wir ja natürlich auch mit dabei sind, viele, viele interessante Gespräche, viele Dinge, die wir dort sehen und erleben können. Und dir und deinem Team, lieber Robert, hat ja noch viel Kraft für die letzten Tage, bevor es in Laar 2019 losgeht. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch erwähnen, natürlich steht das ja nicht genau im Programm, aber ein Highlight ist natürlich der Flohmarkt, wie jedes Jahr. Dazu möchte ich also anmerken, weil ich immer wieder Anfragen dazugebe, der Flohmarktbesuch und auch der Besuch der gesamten Ausstellung ist kostenlos. Parkplätze, ein Hinweis, gibt es hinter der Tennishalle, also man fährt durch beim Flohmarkt entlang, hinter der Tennishalle ist ein sehr großer Parkplatz und Campingmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Die sind gratis zu benutzen, entweder wenn man als ein Flohmarktteilnehmer ist im Flohmarktbereich oder hinten hinter der Tennishalle ist auch ein großer Campingplatz vorhanden. Wer also das Programm jetzt nicht so genau mitgeschrieben hat, der kann das auch auf der Homepage finden, auf oe3.oevsv.at Der Robert ist auch persönlich erreichbar unter der E-Mail-Adresse oe3rtb.oevsv.at Anmeldungen und Zimmer organisieren geht bitte an i.findice.la.at oder im Web unter www.landumla.at Herzlichen Dank, lieber Robert, für das Gespräch und ja, wir sehen uns in La an der Teier und zwar am 31. Mai und am 1. Juni. Und weiter ins Burgenland OE4, Mikro etwas näher zu den Lippen. Burgenland OE4, leider keine Meldungen, Oberösterreich dafür schon. Eine Standardmeldung Amateurfunkkurse in Oberösterreich findet man unter folgendem Link oe5.oevsv.at Slash Kurse Ferntermine für OE5 zur Planung Der ADL 515 Vierag lädt zum Field Day Burgruine Prandek und zwar am Freitag, den 14. bis Sonntag, den 16. Juni ein. Fragen und Rückmeldungen bitte an christian.oe5.hcl.oevsv.at oder an herbert.oe5.tdo.oevsv.at Außerdem darf ich noch anmelden, ankündigen, die 35. Internationale Jubiläums-Amateurfunk-Treffen in Gosau am Dachstein und zwar von 4. bis 7. Juli 2019. Das Programm dazu, das liefern wir dann ab der nächsten Sendung nach. Nun kommen wir in die Steiermark. Hier habe ich eine Einladung zum Trusted-Spotter-Workshop am Samstag, dem 25.05. Ja, ich sage, die Woche hat es in sich und dieses Trusted-Spotter-Event, dieser Workshop findet statt im BRG Klusemannstraße 25 in 80, 53 Grad im Vortragssaal im Erdgeschoss. Man kann dort auch gut parken mit dem Auto zufahren. Der Einlass ist ab 9.30 Uhr Beginn, etwa ab 10 Uhr. Wir hoffen auch heuer wieder ein interessantes Programm für euch zusammengestellt zu haben. Um die Organisation zu optimieren, bitte ich euch um die Zusage eurer Teilnahme wie immer an t.grenert at zamg.ac.at t.grenert at zamg.ac.at Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim Workshop. Das schreibt der Thomas Grenert. Anschließend an die 2-Meter-Fuchsjagd in Preding am 25.05. veranstaltet der ADL 619 mit dem Ausrichter Alex OE6A VD erstmals in Österreich einen 80-Meter-Foxing-Bewerb. Dieser wird vor allem für Anfänger interessant sein. Aber auch für unsere Teilnehmer an der EM Anfang September in Slowenien ist das ein wichtiger Übungsbewerb. Nach Voranmeldung stehen auch Leibheiler zur Verfügung. Die Einschulung erfolgt ohne Zeit- oder Wettbewerbsdruck durch einen erfahrenen Fuchsjäger. So, das ist ein Foxo-Ring-Bewerb. Also dieser Mischbewerb aus Fuchsjagd und Orientierungslauf. Das ist ein bisschen was anderes als normale ARDF-Veranstaltungen. Und außerdem, wenn du sagst, anschließend an die 2-Meter-Fuchsjagd, die war nämlich vorher von 10 bis 14 Uhr in Preding. Das ist die zweite 2-Meter-Fuchsjagd dieses Jahres im Südwesten von Graz. Der Veranstalter ist der ADL 619 und Alexander OE6 Golf Romeo Delta ist der Ausrichter. Zu diesem Bewerb laden wir sowohl Anfänger als auch die routinierten Fuchsjäger herzlich ein. Nach Voranmeldung stehen Leibheiler zur Verfügung. Die Einschulung erfolgt ohne Zeit- oder Wettbewerbsdruck. Ja, das sind also zwei Fuchsjagden hintereinander. In Preding am 25.05. von 10 bis 14 Uhr die klassische 2-Meter-Fuchsjagd und dann das 2-Meter-Fuchs-Ring. Wo genau man sich trifft, und so konnten wir den vorliegenden Infos nicht entnehmen. So, Silvi, was gibt es in Tirol? Naja, das ist traurig. Funk aus OE7, aus OE8, aus OE9 habe ich leider gar nichts. Ei, der Westen lässt aus. Im Westen nichts Neues, sozusagen. Im Westen nichts Neues. Okay, wir gehen weiter zur AMRS. Da gibt es die Funk. Nein, nein, das ist AMRS auch nichts. Ui, das ist auch nichts. Naja, ich meine, es sind, glaube ich, alle schon sommerreich. Nein, der letzte Wunschbruch war so überbordend voll, also darf es ein bisschen weniger sein. So, Funkrunden, Funkaktivitäten. Ja, Funkrunden, Funkaktivitäten. Der nächste Termin für den UHF-SHF-Aktivitätscontest, der ist ja jeweils am dritten Sonntag im Monat, das ist also immer von 7 bis 13 Uhr UTC und der nächste ist eben der 19.05., sprich heute. Und vorankündigen darf ich den 16.06. oder den 21.07. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir hatten in Österreich vor kurzem eine Krisenübung unter dem Titel Helios und am 16. Mai wurde im Bundesministerium ein Video mit den Berichten der Minister aller beteiligten Ministerien über diese SKKM-Krisenübung Helios veröffentlicht. Bemerkenswert darin ist die Erwähnung des Amateurfunks durch Bundesminister Hofer. Hier jetzt im Originalton. Eines darf ich unterstreichen, was weiterhin funktioniert, das ist der Amateurfunk. Wir haben eine sehr rege Amateurfunk-Szene in Österreich und egal was passiert, egal welche Ausfälle Sie haben, auch im Bereich des Mobilfunks, der Amateurfunk funktioniert weiter. Deswegen ist es wichtig, dass Sie wissen, darauf können wir auch immer zurückgreifen und ich kann jeden empfehlen, der sich dafür interessiert, sich auch ein Amateurfunkgerät zuzulegen. Besten Dank. Schön die Erwähnung. Natürlich reicht es ja nicht, sich einfach ein Amateurfunkgerät zuzulegen, wie der Minister sagte. Hier werden wir sicher noch am Briefing künftiger Minister oder Ministerinnen arbeiten müssen und die Chance, die haben wir ja jetzt ab Herbst höchstwahrscheinlich. Ich habe einen Aufruf vom DokuFunk. Wir lesen ja jedes Mal irgendwelche Veranstaltungen vor, die wieder angekündigt werden. Aber das DokuFunk, das hat sehr wenig Material über Aktivitäten in den Landesverbänden. Es fehlen Informationen über Hauptversammlungen, Vorträge, Field Days, SOTA-Veranstaltungen etc. Bitte also Informationen, Protokolle, HV- oder Vorstandssitzungen, Bilder, Videos, Berichte ganz formlos an research-at-dokufunk.org senden. Dann freut sich das DokuFunk. Die Unterlagen sind laut Archivrichtlinien unter Verschluss. Und wir kommen jetzt zur Rubrik Digital-Aktuell-Informationen rund um digitale Betriebsarten, also Sprachbetriebsarten, zusammengetragen vom Dachverbandsreferat Digitale Sprachbetriebsarten. Das sind MichiOE8VIK und KurtOE1KBC, beide übrigens auch auf unserem Live-Chat auf YouTube mit dabei. Schönen Vormittag, schönen guten Morgen. Das DMR Austria-Team. Zunächst einmal, das habe ich gestern schon bemerkt, gibt es im Moment noch ein Problem mit den Homepages ham-dmr, ham-dstar und ham-c4fm, wobei die DMR gestern gelaufen ist, die beiden anderen blieben weiß beim Aufruf. Aber hinweisen möchte ich auf den hochinteressanten und informativen YouTube-Kanal von OE8VIK. Also einfach OE8VIK auf YouTube suchen, man wird auf Michis Kanal stoßen. Da gibt es sehr viel Interessantes rund um digitale Sprache. Ja, und dann habe ich hier als Foto vom Chat vom Niki rübergekriegt an den Sprecherplatz. Vom KurtOE1KBC, Last Infos, in OE9 ist heute der neue DMR-Umsetzer am Gebharzberg in Betrieb gegangen. Und dieser Umsetzer ersetzt das Relais am Pfänder, das wurde abgebaut. Die Frequenz ist 438,5 minus 7,6 MHz, wie gehabt. Er schreibt 73, Kurt, und er schreibt auch, das ist unser DMR-Treffpunkt zur Ham-Radio. Danke lieber Kurt für die aktuellen Informationen. So, weiter, Ham-Radio, haben wir schon angesprochen. Ham-Radio, ja, die Ham-Radio, die kommt auch mit Riesenschritten auf uns zu. Wir treffen einander in Friedrichshafen am Bodensee am 21. bis zum 23. Juni. Unter dem Motto, die Welt zu Gast in Deutschland. Eine einmalige Gelegenheit, unsere Funkfreunde zu treffen und gemeinsam die aktuellen Techniken zu unserem Hobby anzugreifen. Auch der Flohmarkt gibt immer viele Anregungen, welches Projekt auf dem Funktisch kommen soll. Der ÖVSV ist in der Halle A1 der Anlaufpunkt, um Verabredungen zu treffen. Am Freitag und am Samstag sorgt ein Sponsor am ÖVSV-Stand ab 17 Uhr mit kleinen Häppchen und Getränken für einen netten Abschluss der Messetage. Wer schon am Donnerstag den 20. Juni Zeit hat und auch schon in Laar ist, der kann beim Aufbau der Projekte am ÖVSV-Stand mithelfen und bekommt dafür eine Gratis-Eintrittskarte als kleines Dankeschön. No, überzeugt? Also, wir sehen einander am 21. bis 23. Juni in Friedrichshafen bei der Hemmradio. Ja, die Braven kommen schon einen Tag vorher. Alles klar, wir werden aber keinen OE-Rundspruch, irgendwo ist das in der QSP gestanden, diesmal in Laar machen, weil das ist ja ein Wien-Rundspruch-Wochenende. Ich werde aber trotzdem meine Live-Streaming-Garnitur mithaben und Gelegenheiten nützen, sie aus Friedrichshafen in Betrieb zu nehmen. So, jetzt aber zum Schluss der heutigen Sendung, es ist der dritte Sonntag, wieder einmal herzlich willkommen zum monatlichen ADX-B-Rundspruch Mai 2019. Autoren sind Franz Pratzda und Harald Süß. Erste Meldung, Satellit, Astra 19,2 Grad Ost, RBB Kultur, nennt sich jetzt das ehemalige Kulturradio aus Berlin-Brandenburg. Die Programmstruktur ist trotz der Namensänderung aber gleich geblieben. Unter ORF2E, wie ECO, E für Europa, gibt es eine frei empfangbare Version von ORF2, allerdings nicht in HD und ohne urheberrechtlich geschützte Sendungen. Da wird stattdessen eine Videotexttafel aufgeschaltet. Weitere regelmäßige ORF-Angebote werden teilweise über 3SAT sowie ARD-Alpha unverschlüsselt ausgestrahlt. Österreich, digitales Radio DAB Plus ab 28. Mai, beginnt offiziell auch in Österreich der landesweite DAB Plus-Regelbetrieb. Mit dem bereits aufgeschalteten Programm Jö.Live, einem der Rewe-Verkaufsgruppe unter anderem zugehöriger Musiksender. Den Stream gibt es ja jetzt schon unter Jö.Club.at und Arabella Relax werden dann in den Ballungszentren in der ersten Phase der Großraum Wien, Graz, Linz und Bregenz. Zusätzlich auch mit Radio 88.6, Klassikradio, Radio Energy und so weiter, die bereits auf UKW zu hören sind, aufgeschaltet. Weiters gehen die Rock-Antenne Radio Maxima, Technikum One, Arabella Plus, Radio Maria sowie der Evangeliumsrundfunk ERF Plus und andere österreichweit on Air. Der weitere Sendernetzausbau erfolgt dann bis September 2020 in den restlichen Bundesländern. Ob und wann der ORF sein Radio auf DAB Plus aufschaltet, ist derzeit nicht bekannt. Nun zu Neuigkeiten in der Kommunikation Österreich. Magenta nennt sich jetzt das aus der Fusion vom größten Kabelanbieter UPC und der deutschen Telekom-Tochter T-Mobile hervorgegangene Kommunikationsunternehmen. Die Magenta-Kabelkunden in Österreich kommen jetzt auch in den Genuss aller ARD, ZDF inklusive der Spartensender und der dritten Programme in HD beziehungsweise die österreichischen privaten Lokalsender wie SchauTV HD, R9 HD, Tirol TV HD und so weiter. Die werden dann auch ohne UPC, Set-Top-Box oder Modul zu empfangen sein. Ja und jetzt zu den Tipps auf Kurz- und Mittelwelle. Sambia, die Voice of Hope aus Sambia wurde auf 13.680 Kilohertz um 16.30 UTC in Englisch empfangen. Das Besondere ist, dass angeblich nur am Wochenende, also Samstag und Sonntag gesendet wird. Ein Bericht kann geschickt werden an die E-Mail-Adresse reports at voiceofhope, das ist ein Wort, .com. Pardon. Alaska, Madagaskar, die religiöse Station KNLS. Anchor Point Alaska sendet sowohl direkt aus Alaska, aber auch über den Sender in Madagaskar. Via Alaska sendet die Station um 8 bis 9 Uhr auf 9.695 Kilohertz in Englisch, von 9 bis 10 dann Russisch und auf 9.580 um 10 bis 11 Uhr und dann weiters um 14 bis 15 Uhr Englisch. Auf der Frequenz 9.785 sowie auf 7.355 von 12 bis 13 Uhr in Englisch. KNLS Anchor Point aus Alaska sendet aber auch über einen zusätzlichen Sendestandort in Madagaskar, wie erwähnt, um für die Hörer in Osteuropa besser erreichbar zu sein. Hier in Russisch auf der 11.885 von 18 bis 19 Uhr und auf der 9.845 von 19 bis 20 Uhr. Schicken Sie Ihre Empfangsberichte an folgende E-Mail-Adresse knls.aol.com oder wenn Sie einen Brief adressieren möchten an Antarktis Argentinien, die von Argentinien betriebene Station in der Antarktis nennt sich Radio Nacional Arcangel St. Gabriel und sendet unregelmäßig auf der Kurzwelle im 19-Meter-Band auf genau 15.376 Kilohertz. Die Station kann oft gehört werden, in Spanisch um circa 18 Uhr. Empfangsberichte, die per Brief geschickt werden, die dauern mehrere Monate, bis Sie das Ziel erreichen und dann beantwortet werden. Um Geduld wird hier also gebeten. Schreiben Sie, wenn Sie Geduld haben, an LRA 36, Radio Nacional Arcangel San Gabriel, Garente, Base Esperanza, Caixa Postal 9411, Antartida, Argentinien. Oder schneller geht es natürlich, wenn Sie ein bisschen weniger Geduld haben, per E-Mail lra36 at hotmail.com und sollt schon dort sein. Guinea, Conakry, Radio Guinea aus Conakry kann fallweise auf der Kurzwelle in Französisch gehört werden. So ist zum Beispiel ein Empfang um 20 Uhr in Europa meistens möglich. Etwas früher, so um 18.30 Uhr, kommt am Sonntag ein 30-Minuten-Programm in Englisch. Wem der Empfang gelingt und wer einen Bericht verfassen möchte, kann diesen senden an Radio Conakry, Wort Postal 391 in Conakry, Guinea. Zurück nach Europa. Europa-Ukraine, der Inlandsdienst, wurde entgegen früherer Meldungen nun wieder auf der Mittelwelle 549 KHz empfangen. Dort wird das erste nationale Programm übertragen. Der Sender liegt im Süden des Landes. Manchmal kommt auf einen Bericht auch eine QSL-Karte zurück. Hier die Anschrift dazu. NRU Radio, pardon, NRU Nationalradio Ukraine, Krestchatyk 26 in Kiew mit der Postleitzahl 01001 in der Ukraine. Und zum Schluss noch eine Meldung aus Malaysien. RTM Malaysia ist mit seinem YFM-Programm auch auf der Kurzwelle zu hören. Am besten ist das bis ca. 14 Uhr möglich. Dann ist auf der Sendefrequenz 11.665 leider QRM durch Nachbarsender zu stark. Wer das Programm hört, kann einen Bericht schicken an Radio Malaysia, Department of Broadcasting, Anga Kaspuri, 50614 in Kuala Lumpur, Malaysia. Man kann es aber versuchen über die E-Mail-Adresse. Die lautet PRG-RTMSW, das wird Programm RTM, so heißt ja der Sender, SW, wie Shortwave, denke ich, PRG-TMSW, at RTM.net.my. Oder auch möglich unter charima, hinter dem A ist ein H, ein stummes, at rtm.gov.net.my. Die E-Mail-Verbindungen sind dort allerdings eher Glückssache, sicher ist der klassische Brief. Von folgenden Quellen wurden heute Informationen herangezogen. Das war's für heute schon wieder. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Wollt ihr Rundsprüche nachhören oder ganz einfach auch als Podcast abonnieren, dann bitte geht auf die Homepage österreich-rundspruch oersp.oevsv.at. Nächsten Sonntag ist wieder der Wien-Rundspruch. Wir melden uns wieder am 2. Juni. Ja, und wenn du Wien-Rundspruch ansprichst, das Team des Wien-Rundspruchs hätte gerne so wie wir auch hin und wieder einen freien Sonntag. Und was machen die, die sitzen und übertragen unseren Rundspruch auf Echolink und auf dem Kallenberg-Relais. Vielleicht findet sich hin und wieder jemand, der diesen Job übernimmt, damit auch das Wien-Rundspruch-Termin hin und wieder einen freien Sonntagmorgen genießen kann. Gut, bis dahin wünschen wir jedenfalls einen schönen Sonntag. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, oe1-Yenki-X-Ray Sierra de Silvia, sowie Nikolas, oe1-November-Bravo Sierra. Und oe1-Whisky-Bravo Sierra Wolfgang. Wie immer, einen schönen Sonntag. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.